Hier habe ich diesmal von Hot Wheels ein 550er Chevy Bel-Air. Ich habe mir gedacht, upsala, ich packe ihn einfach mal aus. Natürlich im typischen Bel-Air, rot. So, produziert in Malaysia, 550er Chevy Bel-Air. So sieht das Modell aus. Naja, es ist ja im Endeffekt eigentlich ein Spielzeugauto. Wenn ich Kinder hätte, würde ich die damit trotzdem nicht spielen lassen, um ehrlich zu sein. Ich wollte euch das gute Stück nochmal zeigen. Der wird bei mir jetzt auch direkt in der Vitrine landen. Erstmal wird er hier landen, an der Stelle. Das kann weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, könnt ein Like da lassen oder einen Daumen hoch, Daumen runter. Wenn ich es finde, wie gesagt, verlinke ich es. Bis denn dann, ciao.